Mein Name ist Kai Schnieders, ich führe die Geschäfte der Karl-Duisberg-Zentren von der Firmenzentrale in Köln aus. In Köln gibt es nicht nur den Dom, sondern auch viele, viele Menschen, die das Leben genießen und die Fremde immer herzlich willkommen heißen. Das Schöne am Standort Köln ist, dass wir hier unsere Büros, aber auch unsere Schulungsräume haben, so dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeden Tag begegnen. Die Teilnehmer der Karl-Duisberg-Zentren in Köln kommen aus allen Ländern der Welt. Die Karl-Duisberg-Zentren bemühen sich darum, die kulturellen und sprachlichen Grenzen zwischen Menschen aus unterschiedlichen Ländern abzubauen. Mein Name ist Matthias Katerbo, ich bin der Leiter des Karl-Duisberg-Zentrums in Köln. Wir freuen uns auf den täglichen Umgang mit Menschen aus aller Welt Köln. Unser systematisches und qualitativ hochwertiges Deutschkursangebot beruht auf langjähriger Erfahrung. Wir unterrichten ganzjährig alle Niveaustufen des europäischen Referenzrahmens für Sprachen. Das Lernen einer Sprache erfolgt vor allem im Kontakt mit anderen Menschen. Unsere internationalen Teilnehmer können am Nachmittag in einem umfangreichen Freizeitprogramm die kulturellen Highlights in Köln und der Umgebung entdecken. Wir würden uns sehr freuen, Sie als Teilnehmer im Karl-Duisberg-Zentrum Köln begrüßen zu können. Mein Name ist Petra Kluge und ich bin seit über 25 Jahren Deutschlehrerin beim Karl-Duisberg-Zentrum in Köln. Diese Arbeit hat mir immer viel Spaß gemacht, wegen der kulturellen Vielfalt und wegen der großen Motivation unserer Teilnehmer. Bildung ohne Grenzen bei den Karl-Duisberg-Zentren. Bildung ohne grenzen bei den Aha-Duisberg-Zentrum Köln. Bildung ohne Grenzen bei den Aha-D Burger ist eine erste ISS Jung